Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Trick oder Bug von Minecraft Wie man sich unsichtbar machen kann, also was man braucht, man braucht die Nacht, ein Bett Moment, schleich ich jetzt einfach mal hin Und ein Boot, das stellt ihr einfach vors Bett So, Maxi King, geh mal ins Bett rein Ah, ins Boot, meine ich, ja So, und jetzt schleift Maxi King Also ihr müsst ins Boot gehen und dann ins Bett rein Und dann müsst ihr das Bett zerschlagen und das Boot Und chill ich Kannst du rumlaufen, Maxi? Ja, siehst du mich? Äh, also du sitzt da irgendwie nur Ja, ich kann rumlaufen, ich bin unsichtbar, kann das sein? Äh, nee, du sitzt da, also Oh, wie geil Ja, ich bin unsichtbar Ja, ich kann dich jetzt auch nicht mehr schlagen Wollen wir das mal auf deine Sicht noch machen? Ähm, ja, können wir machen Moment, ich mach grad nochmal das Spiel verlassen Also Maxi King war jetzt unsichtbar, bloß man hat es Man hat ihn noch gesehen, aber halt nicht, was er gemacht hat Und man kann ihn nicht mehr schlagen Also was wichtig ist dafür, ähm, du kannst dich einmal schlagen, ne, und dann nie wieder Also einmal schlagen und dann nie wieder, okay Und, ähm, das würde ich aber nicht auf meiner, also an eurer Stelle nicht auf der guten Welt von euch machen, weil das speichert dann mit Genau Das speichert dann mit Das schlagen Gut, also Gut, also Bett aufstellen Vor das Bett ein Boot Ins Boot reingehen Äh, schlafen Und was muss jetzt? Jetzt musst du, jetzt musst du zuerst das Bett zerhauen und dann das Boot Ja So Okay Jetzt kann ich dich noch einmal schlagen Genau Und jetzt nie wieder Ja Und jetzt guck mal, ähm, geh mal auf den rechten Analog-Stick Und guck dich mal an, du schwebst in der Luft Ja, uh, sexy Uh, du bist jetzt unsichtbar Also du, du siehst nicht, wo ich bin Nee Also, du laufst jetzt rum, ne? Ja Ich seh deinen Charakter Aha Wo der ist, aber du, also der steht hier nur in der Luft Also ich bin woanders da, ne? Ja, das ist richtig geil Geil Haha Gut, das war's dann auch schon mit dem Bug oder Trick, ne? Genau Das nächste Video wird dann folgen Juh Alles klar